Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Spanien Grand Prix. Die Streckendetails Am 12. Mai beginnt die 29. Ausgabe des Spanien Grand Prix in Katalonien. Seit 1991 fährt die Formel 1 in Barcelona, wo ja auch die Wintertestfahrten stattfinden. Von 1986 bis 1990 fand der Spanien Grand Prix in Jerez statt. Der Hauptsponsor ist seit 2014 Pirelli. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 16 Kurven, 7 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 739 Meter. Auf den hier gezeigten Abschnitten kann man bis hoch in den achten Gang schalten. Insgesamt 45 Mal werden die Gänge pro Runde durchgeschaltet, was bedeutet, dass das Getriebe der Boliden im Rennen mindestens 2970 Schaltvorgänge aushalten muss, bevor sie durchs Ziel fahren. Die Boxengasse hat eine Länge von 331 Metern und dort wird höchstens 80 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety Car Phase liegt bei 66%, der Vollgasanteil liegt bei etwa 60%. In den bisher 28 Ausgaben des Spanien Grand Prix in Barcelona gewann 21 Mal der Pole Setter, was eine Quote von 77,7% entspricht. Heißt also, die Pole ist durchaus wichtig. Der Bremsenverschleiß wird als Mittel angegeben und der Reifenverschleiß auch. Gefahren wird 66 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrendistanz von 307,230 km. Die Streckenlänge beträgt 4.655 Meter. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden und zwar auf der Startzielgeraden und zwischen den Kurven 9 und 10. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Soft-Medium-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Esteban Ocon mit 340,1 kmh. Die schnellste Rennrunde ging an Daniel Ricciardo mit einer 1.18.441 gefahren in Runde 61. Bis einschließlich Runde 25 lag Lewis Hamilton vorne, dann übernahm Max Verstappen für 8 Runden und ab Runde 34 bis ins Ziel wieder Lewis Hamilton. Schnellster Boxenstopp war der von Lance Stroll. Seine Zeit war eine 21,351 in Runde 20. Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 192,946 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1.18.441 gefahren von Daniel Ricciardo aus dem Jahre 2018 mit seinem Red Bull RB14. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Fernando Alonso 2006 mit einer 1.14.648, allerdings auf dem alten Layout mit geändertem dritten Sektor. In Barcelona werden die Mischungen C1 der harte Reifen, C2 der Medium und C3 der weiche Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Supersoft, Soft und Medium gefahren. Wichtiges zum Setup. Wer nicht genug Leistung im Boliden hat, sollte weniger Anpressdruck fahren. Die Boliden brauchen eine gute Balance zwischen Motorleistung und Aerodynamik. Schwierige Kurven. In Kurve 3 und Kurve 9 brauchen die Boliden jede Menge Anpressdruck, um diese Rechtskurven zu bewältigen. In beiden Kurven wird bis zu 260 kmh gefahren. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. 2001 schied der führende Mika Heckinen in der letzten Runde aus und Michael Schumacher erbte seinen Sieg. 2016 schieden beide Mercedes in der ersten Runde nach einer Kollision aus. Die bisherigen Sieger des Spanien Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Spanien. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr solcher Formel 1 Videos sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschau. Tschau.